Interessant Oh je Eine chemische Analyse Da haben wir Minus 2 Das haben wir auf jeden Fall Wenn wir das umkehren Was war das? Was ist das? Teilt den Reagentwert durch 2 Nein Ich brauche einen Umkehrer So Jetzt haben wir schon mal 2 Minus Jetzt brauchen wir nur noch 1 Das war jetzt aber nicht wirklich Was ist das schon? Nein Da war das gleich Nein Da hat die Frau vielleicht was zu tun damit Da wird die Frau was zu tun haben damit Da bin ich mir irgendwie ganz sicher gerade. Gehen wir mal raus, ich weiß nicht, ob wir schon fertig sind da. Nein, sind wir noch nicht. Irgendwo liegt wieder eine Kleinigkeit, die wir übersehen haben. Wir sind eigentlich aus der chemischen Analyse rausgekommen, bevor ich schnell wegdrücke. Wir sind jetzt nicht dabei. Nein, das ist scheiße jetzt. Ja, da geht es mir gerade. Habe ich mir gedacht. Ja, da geht es mir. Ich gebe mir heute die Zeit für ein persönliches Gespräch. Da ich einen wichtigen Kundentermin habe. Nichtsdestotrotz mache ich mir wirklich Sorgen. Weil du immer zu solch später schon arbeitest. Du scheinst das Geld zu tun. Daher wollte ich es bisher nicht ansprechen. Aber nun denke ich, dass wir uns einmal darüber unterhalten sollten. Vielleicht finden wir eine Kompromisslosung, Basilio. Das ist nicht so, was ich. Nein, das ist ein Typ. Das ist nicht so, was ich. Ein concertprogramm von 7 Jahren. An Augusta La Duccia ist als Harpist in der Orchestra. Two theatre tickets for Shakespeare's Othello. The performance is tomorrow. I have to respect the classics. Basilio Coppellos Terminplaner. In Basilio Coppellos Terminplaner sind dessen Termine für die nächsten Wochen aufgeführt. Einige der letzten Einträge sind interessant. So trafen Mr. Coppellos zum Beispiel vor einigen Wochen einen Detektiv. Zudem sind zwei Tage mit dem Comedar, der hat Resort versehen. Und zwar der gestrige und der heutige. He clearly needs a better work-life balance. Brief des Familienanwalts. Signor Capello. Wie ich erfuhr, wird Nicole Detti bald wieder nach Cortona ziehen. Nicolo. Was? Nicolo. Wissen nicht, was das für eine Zukunft der Familie Detti bedeutet, aber zumindest Horatio scheint in Rom zu bleiben. Ich möchte Ihnen hiermit Interesse der gesamten Familie dringend raten, Ihren Kontakt zu Nicolo Detti zu vermeiden. Natürlich besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass Sie sogar im Falle einer Provokation Haltung bewahren würden. Aber wir wissen nun einmal nicht, was die Dettis vorhaben. Seien Sie auf den Hut und setzen Sie nicht den guten Ruf Ihrer Familie aufs Spiel. Imbucco alla lupo. Naldo Illaani. Erbe der Familie Detti wieder in der Heimat. Nicolo Detti, einer der Erben des Familienimperiums der Tettis, ist auf der Insel Cortona zurückgekehrt, nachdem er zwölf Jahre lang auf dem Festland studiert und gearbeitet hat. Zur selben Zeit ist Horatio Detti nach Italien aufgebrochen, was darauf hindeutet, dass Nicolo die Familiengeschäfte auf der Cortona übernehmen wird. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten und Basilio Capello um eine Stellungnahme bitten. Bereits seit über 200 Jahren sind die Capellos und die Tettis verfeindet. Auch wenn es in den letzten Jahrzehnten noch ruhig um die Familienfäde wurde, so erinnert sich dennoch manch einer an die Zeit, als sich Gonzalo Detti und Vitalio Capello gegenseitig das Leben schwer machten. Wir hoffen, dass der Frieden dank Nicolo Dettis Jugendlicher abgeschlossen hat und Basilio Capellos unaufgeregten Geschäfts gewahrt werden kann. Ist das schon wieder da? Ist das schon wieder da? Probably Mr Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set, but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office? No. Only Mr and Mrs Capello have the key to the back door. Oh, um, actually... No. Do you know anything about these entries? No. But Mr Capello is so well organised. I use a different method. Very popular among the Buddhist monks. You create an attic in your mind and... I'm familiar. Keep it tidy, put only necessary information in, remove unnecessary information regularly. What? No. It's called an attic. You just stuff it with everything. You never know what might prove helpful someday. That is... profoundly upsetting. Do you know what this note might be about? I cannot presume to know another's mind, of course, but... I think Mr and Mrs Capello have been having some familial difficulties. Probably due to their lack of children. One of my oldest friends helps couples with their relationship troubles and he always says... You don't have to continue. Oh, well, he says that to me as well. But I'm perfectly happy to. No, I insist. Who is that now? Oh, sure. I have to say, that was a very, very, very good alternative. Yes. No. No clue about the inputs. Oh! It's funny because when you came out of the door, I thought I would not like a cat to me. Don't forget about the cats in the bushes, Sherry. No clue about it. I don't think it's fun. What can it be? What? There's a cat in the bush. You heard me? Yes. Das war's. Ich habe schon wieder gehört, die Katze. Also ich höre nicht, ich weiß nicht, was du hörst. Wir sollen irgendwas suchen. Der Einbruch einigte sich am späten Abend, wo der Augusto kapiert ist. Die Einbrücherin betrat am Abend das Gebäude über die Hintertür des Büros. Zu dieser Zeit befindet sich ein normales Numenwilder ein Gebäude. Er hört ein Gebüsch im Hintergrund, es macht sich davon. Hinter dem Büro fand ich die Triche im Gebüsch, die erst vor kurzem gereinigt worden waren. Sie befinden sich nun an der Chef. Das ist ein Archiv, aber welches Archiv? Soll ich mal zur Polizei gehen? Weil ein Einbruch? Ja. Rathaus wird es nicht sein, also entweder die Polizei oder die Zeitung. Ich vermute die Polizei. 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 Aber das optimal ist. Und das alles ist ein Saal. Und das ist ein pudiert. Aus dabei kann man zur Polizei gehen. Das war's. Das darfst du jetzt aber wieder lesen. Akte von Felicia Sevin oder so. 26 Jahre alt führt die Bande Hinterhof-Meute. Hinterhof-Meute Einbrüche durch. Was? Für. Für die Bande Hinterhof-Meute Einbrüche durch. Die Bande... Entschuldigung. Die Bande hat ein Versteck in der Clay Street im Zentrum von Miners End. Auf der rechten Wange hat sie eine auffällige Narbe. Sie macht widersprüchliche Angaben zum Ursprung dieser Narbe, hat sie aber bereits seit ihrem 18. Lebensjahr. Sie geriet auf die Schiffebahn, nachdem ihre Eltern auf hoher See ums Leben gekommen waren und sie ihr Erbe aufgebraucht hatte. Sie wurde bereits mehrere Male festgenommen, erhielt jedoch aufgrund ihrer Kooperationsbereitschaft stets vergleichsweise milde Strafen. Miners End, äh im Zentrum. Jetzt hab ich nicht geschaut. Maybe it would be wise to take a look around outside before we enter. Just a thought... So, schauen wir mal. Schon ein Schluck vor, nahe. Die Munterschlupf der Bande Hinterhof-Weite, die Ohren offen zu halten und vielleicht etwas zum Erfahren... Okay, das machen wir. Und da haben wir das... Clay Street Miners End. Clay Street. Super, diese Uhr lang. Die Clay Street. Aber im Zentrum steht. Das heißt, es wird eher so da in der Richtung sein. Hätte ich jetzt einmal gesagt. Das ist schon gerade da oben, glaub ich, oder? Meinst du nicht? Ja, wir sehen. Mehr steht ja nicht, oder? Nur... Na, schauen wir noch einmal. Ein Foto war das. Ein Foto war das. Die Bande hat ein Versteck in der Clay Street, im Zentrum von meiner Zentrum. Das ist schon so... Aber als Polizist sollte ich da vielleicht nicht hingehen. Ich gehe aus Arbeit da hin. So unauffällig. Das Polizist ist blöd, ne? Ja. Da könnte was haben, so. Ja. Kannst du mir helfen? Ich war auch in einer Faktor, aber Dinge verändert. Komm zurück, wenn du auch verändert. Dann sprechen wir. Hm. Okay, wir brauchen ein Ding. Das brauchen wir. Was denn? Ein Bandit oder so. Da rechts. Unten. Das mit den Waffen, oder? Ja, das ist Schuppenpanzerung. Bandit. Jakob. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ich hoffe, es gibt nichts. Da ist dann in mich. Na, wäre es... So, ja. Are you looking for trouble? Cause I can find you some. Excuse me, just one question. Warum habe ich jetzt das gewandern? Habe ich es nicht bestätigt? Nein, aber jetzt hast du einfach nur die Antwort, ich weiß nichts. Wir sind einfach unfriendlich. Mäh. 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 Are you able to help me? No, I don't know anything friend. dabei property memberNS 4 oder 확인? I have another thing? In Cair, Justine though. In Cair, Justine Hook. In Cair, Justineicaри, Justine Hook. Oh thank god. Nein, nicht schon wieder, jetzt darfst du auch wieder mal. Schon wieder? Ich lese die ganze Zeit, wenn du so rauchst und kochst. Schon hat der Recht, wer der Hinterhof meinte, scheint sich etwas zu tun, da die eigentlich sehr erfahrenen Armbrecher-Felisser irgendwas beim Einbruch in das Firmengebäude von Amacher Ball erwischt wurde, scheint die Hinterhof meinte stutzig geworden zu sein. Die Bande glaubt, dass sie von einer anderen Bande in die Falle gelockt wurden und womöglich auch bald ein Angriff dieser Bande erfolgen kann. Mir kam zu Ohren, dass The Pipe, der hinkende Informationssammler der Hinterhof meinte, seine Bettler zu sich behortet hat, um Informationen zu halten. The Pipe hält sich auf dem Marktplatz in der Market Road im Zentrum von meiner Settendorf. Market Road. Im Zentrum wird schon richtig genau da sein, The Puppe. Corona. Corona ist Corona. Do you know anything about this? What are you trying to sniff around for? I don't know. I don't have any questions. I know nothing. Lovely to see you. Hi there. Schwenbopsch. Gut hierher, ich sehe das auch... Jeder schaut. Kannst du mir helfen? Du wirst sicher wissen, was du machst? Oh nein, nichts! Hallo! Das ist die erste Straße, oder? Ja, da muss ich wo man andere fliegen. Ich gehe nach hinten. Ich weiß, Market Road ist sehr lange im Zentrum, aber ich weiß nicht mehr. Ich weiß, Market Road ist sehr lange im Zentrum, aber ich weiß nicht mehr. Auf dem Marktplatz. Schön, dich zu sehen. Könntest du mir helfen? Ich würde mich helfen, ein Companion in Miss Fortune, aber ich weiß nichts über das. Ja, aber du musst die Market Road. Du bist auf dem Marktplatz. Du bist auf dem Marktplatz, da waren wir die ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr. Dann muss er aber dann irgendwo sein. Nein. Entschuldigung, nur eine Frage. Äh, ich bin sorry. Ich weiß nichts. Hi. Okay. Ja, renn da mal. Das ist die Bridge Road, oder? Ja, aber das ist der Marktplatz. Ja, aber das ist der Marktplatz. Der ist schon da. Dann will er verkaufen. Und dann hat er nichts. Oh nein. Da ist das. acts weiter. Okay. Okay. may i ask for your assistance i'd help you for good but i know nothing if one's looking at us the pipe information muss ich hinkommen haben wir nicht von von anfang an gehabt landstreicher natürlich müssen wir ungepflegt sein so nein so es gibt sie ja nicht extra extra frosty reception for refugees the british envoys decision to grant citizenship die haare schauen noch so schön aus die 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 Dank genug. Danke. Das war er aber. Das war seit dem alten. Wissen Sie etwas über das? Nein, Bruder, ich habe nie gehört über das. Ich lasse ihn als R.S. Verkäufer. Ich erkenne ihm gleich, dass er das ist. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich meinen Schorn auch umziehen kann. Er hat nur komplette Ausfits. Das kann nur der einzige Schmiede sein, ja. Das kann nur der einzige Schmiede sein, ja. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob er ein Spinner oder was wird. Das ist nicht richtig, der hinkende, das hinkende Arschloch, das Pipe der hinkende, das ist der einzige, der hinkt, das hinkt keiner. Seine Bettler hat er zu sich bewahrt. Aber wohin? Ja, manche Kräfte sind halt trotzdem einfach noch scheiße, weil ich habe alles richtig, ich bin ein Bettler, ich habe ihn hingekommen. Also, er ist jetzt wieder weg. Der hinkt da, oder? Der hinkt da, oder? Ja, der hinkt da. Ich habe immer gedacht, der hinkt da, das sagt man. Der hinkt da. Außerdem ist er nicht da, an der Market Road. Wenn ich da, was wir ein bisschen hab. Achst. Ich bete mal die Ente.